herzlich willkommen zu einem weiteren video im januar auf dem berlin barbe youtube kanal und weil wir uns gedacht haben es ist mal wieder zeit für eine dämliche idee machen wir heute 2000 kalorien zum umfallen ich würde einfach mal behaupten die idee kommt von dem herrn nico wagner und der kann uns jetzt auch mal vorstellen ja ganz einfach ziel ist 1000 kalorien auf jedem ergometer natürlich insgesamt also wir beide zusammen 1000 kalorien alle fünf minuten wird das ergometer gewechselt bis halt beide ergometer die 1000 kalorien anzeigen und dann sind wir so in ungefähr 27 minuten durch passt doch zeitlich oder ja definitiv damit man das ganze aushält weil also richtig richtig bock also ich kann mir nichts besseres vorstellen als 1000 kalorien auf jedem ergometer das wir haben ich würde mich auch freuen wenn es auseinander fällt damit man es aber schafft bauen wir hier gerade noch unser setup auf und dann nico wenn ich du wäre wenn ich du wäre würde ich vorher zwei scoops galenicus pump nehmen zwei scoops galenicus pump ich mach mal ich mach mal los Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, wir sind fertig. Ganze Stunde und 25 Minuten sowie 30 Sekunden gebraucht. Aber das Ganze hat uns mit ein paar Fates begleitet. Einerseits wie auf dem Bild hier zu sehen. Sind die Kalorien einfach mal bei 1000 wieder auf Null gegangen, deswegen haben wir kein Beweisfoto. Aber wir waren sage und schreibe, wie gesagt, anderthalb Stunden fast unterwegs. Und sind 27, nein, 29,7 Meilen gefahren. Also das kommt auf jeden Fall hin. Und beim Rudergerät auch Fail. Wir sind dann teilweise drei Minuten nicht gefahren, weil wir gemerkt haben, dass das Rudergerät natürlich viel, viel schneller kommt als das Fahrrad. Und dann ist der Monitor, der Erzähler, einfach auf Null gegangen. Und so haben wir entsprechend einfach gesagt, wir fahren eine Stunde bei 1000 Kalorien pro Stunde. Und haben dann da ungefähr unsere 1000 Kalorien. Ich muss es nochmal ausrechnen, weil wir haben ja den Bildschirmspeicher. Aber ja, also faktisch, visuell belegen können wir das Ganze nicht. Müssen wir auch nicht. Wäre natürlich geil gewesen, aber ja, wir haben es jetzt gemacht. Dahin raus gar nicht so schlimm wie gedacht. Also Nervensystem ist eigentlich noch voll in den Schoß. Beine sind da ein bisschen schwer jetzt, aber ja, nächstes Mal machen wir das einfach mit einem Ski-Jagg noch dazu. Und danach noch eine Soul-Tourner, wenn wir alles hier haben. Dann machen wir eine 4000 Kalorien-Challenge in zwei Stunden oder so. Ja, ich rechne das Ganze nur aus, schneide das Video und dann macht es gerne mal nach. Und ich glaube, 90 Minuten ist eine gute Zeit, um in Zeit zu bleiben, um die 1000 Kalorien zu fahren. Und ja, man hat auf jeden Fall eine Menge Spaß, macht es nebenbei und filmen an. Ich sage, genau, Spielfilm länger, anderthalb Stunden. Und dann kann man ganz entspannt seine Mono-Conditioning machen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst euch hier mal ein Like da, abonniert gerne, lasst uns wissen, wie ihr es wandert, gebt uns Ideen. Und ansonsten sehen wir uns ja morgen wieder, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao, bis morgen und haut rein.